Servus zusammen, wir schauen uns heute gemeinsam an, wie man so ein Pattern machen kann und dazu so ein bisschen in die Pattern-Theorie eintauchen. Wenn wir so ein Pattern machen wollen, dann gibt es verschiedene Grundlagen. Wir müssen erstmal wissen, wo loopt sich denn dieses Pattern und wichtig bei dem hier, dass es nicht von mir, sondern das habe ich von irgendwo gemobst und werde es eben nachbauen. Bei dem Pattern ist zum Beispiel das Wichtige, dass das Pattern quasi immer in der Mitte an den neuen Kreis anschließt. Also jeder dieser Würfel ergibt quasi einen Teil des Pattern und wenn ich den verdrehe, kann ich den quasi dann ganz neu zusammenbauen. Und wie gesagt, ein wichtiger Punkt ist eben die Mitte, dass die bei diesen Kreisbögen überall anschließt. Das weitere Wichtige ist, dass es eben immer ein Viertelkreis ist. Wir haben hier keinen Halbkreis drauf. Das würde nicht funktionieren, sondern es ist eben ein Viertelkreis. Und normalerweise müssten wir jetzt sowas eben vorzeichnen. Müsst gucken, dass man das Ganze cool ausjustiert. Wir machen es aber direkt in Maya und sparen uns da den Schritt und modellieren einfach mal dieses Pattern hier nach. Dafür brauchen wir wie immer eine Grundfläche, die ich mir erstmal kurz richtig hindrehe. Könnte ich mir eigentlich auch in die Basis einstellen, bin ich aber zu faul für. Deswegen machen wir das so. Wir wissen jetzt schon mal, wie groß die Fläche ist, weil ich die jetzt um 100 skaliert habe, ist die Fläche 100 groß. Wir machen uns hier noch ein paar Subdivisions rein, weil wir gerade eben gesehen haben, wir müssen eben die Mitte beachten. Und deswegen mittel ich mir quasi hier direkt dieses Objekt. Ich blende jetzt mal auch nochmal das Grid aus und hole mir dann hier so ein Zylinder rein. Den drehe ich auch direkt so hin, wie ich den eben brauche. Skaliere den jetzt mal hoch und schiebe mir den hier an den Rand hin und skaliere den jetzt mal ganz grob so, dass er hier auf die Mitte trifft. Und dann sehen wir schon, dass 50 in dem Fall die Zahl der Wahl ist, dass wir eben wirklich hier auf die Mitte drauf kommen. Die Höhe ist für uns hier jetzt erstmal nicht relevant. Deswegen müssen wir da die Skalierung gar nicht beachten. Jetzt schiebe ich mir den Zylinder hier direkt an die Seite hin, dass ich hier eben den Anschluss zur Mitte habe. Ich könnte jetzt hier die Subdivisions anpassen, könnte die noch feiner machen. Ich behaupte jetzt aber einfach mal, dass wir da gar nicht mehr Subdivisions brauchen. Dann dupliziere ich mir den nochmal und schiebe mir den hier rüber auf die andere Seite, dass ich den hier eben auch als Marker habe. Und eigentlich brauche ich bloß die Oberfläche dieser zwei Zylinder. Deswegen combine ich mir die jetzt und delete hier mal die Faces. Den Würfel unten lasse ich mir, bzw. die Fläche lasse ich drunter, dass ich die als Marker eben habe. Und von hier aus extrude ich mir jetzt mit Cap Face Together das Ganze nach außen. Wie viel ich das mache, ist jetzt erstmal gar nicht relevant. Das Wichtige ist nur, dass wir hier unsere Mittellinien, also quasi diese zwei, nicht kaputt machen, sondern dass die immer noch aus der Top-Ansicht hier quasi auf der Mitte enden. Ihr seht gleich, warum. Dann brauche ich auch nicht den ganzen Zylinder, beziehungsweise die ganze Oberfläche, sondern ich brauche hier nur dieses Stück, weil wir eben nur diesen Quader abbilden wollen. Deswegen schnappe ich mir jetzt auch mal nochmal die Edges und bridge die mir zusammen und gehe mit Multiply hier in die Mitte rein, dass ich die Mitte meines Objekts habe. Jetzt snappe ich mir das Ganze hier einmal hin, dass ich eben schon mal dieses Basisrechteck abbilde. Und jetzt haben wir hier schon mal das Basisrechteck. Wir haben hier die Edges, die auf den Mittelpunkt treffen. Und das Ganze dupliziere ich mir jetzt mal einfach nur als Backup, falls ich da irgendwas versau. Und heide das. Okay, jetzt könnten wir theoretisch direkt anfangen, diese Erhebung der Struktur. Ich bringe mal nochmal kurz das Bild rein. Quasi diese dreidimensionale Erhebung, die wir hier drin haben, die könnte ich jetzt direkt rein modellieren. Wir sehen jetzt hier aber, dass wir da so einen schmalen Steg auf diesem Viertelkreis quasi drauf haben. Und den würde ich jetzt direkt quasi mit einbringen. Das bedeutet, ich schnappe mir hier diese Edge Loops, vergrößere die jetzt. Und jetzt weiß ich, bzw. wir machen es noch ein kleines bisschen anders, dass es deutlicher wird. Ich mache Edit Duplicate Special und mache mir hier eine Instanz davon. Also quasi ein Objekt, das nicht nur eine Kopie ist, sondern eins, das dem Objekt nachfolgt. Und dupliziere mir das mal hier an die Seite hin. Ups, ich habe jetzt zu viel dupliziert. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Edge Loops verändere, dann verändern die sich bei dem anderen Objekt gleich mit. Ist super praktisch. Das Schöne ist jetzt zum Beispiel auch, dass wir sehen, uns fehlt hier eine Reihe an Edge Loops, bzw. hier, dass wirklich dieses Pattern komplett ist. Weil wenn wir es jetzt aneinander anfügen würden, hätten wir hier eben nicht diese Stetigkeit unserer Linien. Deswegen sollten wir das Ganze einbauen. Das machen wir jetzt auf eine, ja, vielleicht nicht ganz konventionelle Art. Wir machen das direkt auf beiden Seiten. Können theoretisch auch an einer Seite modellieren und das Ganze dann spiegeln. Ich dupliziere mir das hier auf und mache hier das Jump voraus, dass ich quasi in der Mitte meine Linie immer noch drin habe und ziehe das jetzt einmal komplett auf, auf 100% und habe dann hier die passende Linie. Jetzt muss ich hier nur wieder meine duplizierte weglöschen. Hier auf der Seite genau das gleiche Spiel und habe jetzt hier quasi diese Durchgängigkeit. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt sehen wir auch, wenn ich mir hier diese Edges schnappe und die eben anhebe, dass quasi mein Pattern durchgängig bleibt, was für uns jetzt eben extrem wichtig ist. Es kann sein, dass es hier jetzt nicht auf einen Millimeter genau passt. Das ist aber nicht so schlimm, weil wir immer noch in Maya sind und da nicht 100% genau sein müssen, sondern erstmal so eine grobe Welt abbilden wollen. Jetzt habe ich gesagt, dass wir hier gleichzeitig noch so einen kleinen Gap haben. Den machen wir eben, wie gesagt, mit dem Bevel drauf. Und das Schöne ist jetzt eben, dass das direkt auf der anderen Seite dann auch passt. Da könnte man jetzt noch rumklamüsern, wie eng oder wie breit wir den haben wollen. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt einfach mal so. Können uns hier theoretisch auch noch das Ganze richtig benennen, dass wir es theoretisch später noch ändern können. Und dann würde ich jetzt direkt diese Dreidimensionalität mit reinbringen. Das bedeutet, ich schnappe mir das Ganze, ziehe es hoch und ich schnappe mir diese Flächen hier auch noch und pushe die auch noch ein kleines bisschen hoch, um da eine coole Wölbung drin zu haben. Das sieht schon mal ganz nett aus. Wir ziehen die oberen noch weiter hoch, dass wir hier nicht in eine Grundkabel plötzlich reinkommen, sondern wirklich die ganze Zeit mit so einer leichten negativen Spannung sind. So sieht das für mich schon mal säuberer aus. Ich lösche die oberen Flächen jetzt einfach mal raus. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Die können wir uns theoretisch später schnell mit einer Bridge wieder reinholen. Und habe jetzt hier diesen sauberen Flächenübergang. Und jetzt könnte ich mir entweder händisch einen Pattern zusammenbauen, also dass ich quasi sage, ich dupliziere mir das und drehe das Ganze eventuell um 90 Grad. Und kann mir dann hier irgendwie ein eigenes Pattern zusammenbauen, wie ich da eben lustig bin. Ich könnte es auch duplizieren mit Duplicate Special. Ich könnte das Ganze in ein Motion Graph reinpacken. Ich mache es jetzt aber mal händisch, um einfach nur zu zeigen, wie ich dieses Pattern jetzt quasi vervielfältigen kann. Zum Beispiel könnte ich das jetzt so duplizieren, dass ich hier diesen Schlag rein kriege. Oder Center Pivot. Ich könnte das Ganze so fortführen. Also ich kann jetzt hier quasi so ein bisschen selber entscheiden, was ich aus dem Pattern mache. Das würde ich jetzt einfach kurz so weiterführen. Okay, wenn ich jetzt so ein Pattern habe und ich das cool finde, dann kann ich das theoretisch einfach schnappen und kombinen. Wir machen uns jetzt wieder Duplicate STRG G, um uns das hier als Backup zu behalten. Falls wir da doch nochmal was ändern sollten, die Originalflächen nehme ich jetzt einfach. Und ich hoffe, dass ich jetzt keine Doppelt habe. Check ich kurz durch. So, doppelte Flächen sind immer eine blöde Sauerei, wenn ich was combine, weil man die dann erstmal wieder rausklamüsern muss. Und gerade wenn man was mergt oder so, ist es nicht so praktisch. So, combine. Dann schnappe ich mir die Vertexes und mache das Merge. So, jetzt sieht es ziemlich gut aus. Kurz nachschauen, ob das hier an der Topologie liegt. Ne, liegt an meiner, an dieser Fehlerkante, die ich vorher erwähnt habe, die jetzt hier nicht 100% passt. Aber die sollten wir relativ leicht ausgeglichen haben. Genau, so. Okay, perfekt. Jetzt haben wir hier schon mal einen kleinen Teil vom Pattern. Jetzt können wir uns überlegen, ob wir den entweder weiter duplizieren. Und das Spannende ist jetzt, wenn ich es jetzt dupliziere und ich es mir hier dran setze, dann passt es schon mal ziemlich gut. Auf der anderen Seite passt es auch. Es könnte auch sein, dass ich es so gemacht habe, dass es quasi kein Pattern ist, das sich einfach repeated dadurch, dass ich es aneinandersetze, sondern ich könnte das Ganze auch so machen, dass ich das Ganze quasi spiegele und es dann zusammensetze. Macht bei mir jetzt nicht den Riesenunterschied. Wir können uns das einmal im Vergleich anschauen. Einmal quasi das Pattern, das sich aneinander dran kopiert. Da sieht man, diese Linie hier geht dann unendlich durch. Und einmal das gespiegelte Pattern. Ist im Endeffekt Geschmackssache und dann auch immer die Thematik des oder der Color & Trim Designerin, die sich da dann ausleben darf, beziehungsweise der Mustergestaltung, wo man sich dann überlegen kann, wie man das weiterführt. Und genau gleich kann ich das dann quasi auch in die andere Richtung weiterführen, dass ich es entweder einfach weiter dupliziere oder dass ich das Ganze eben spiegle. Wir machen jetzt mal so einen soliden Mix draus. Wir kombinen uns das wieder und mergen das. Wie gesagt, man könnte es auch mit einem Motion Graph machen. Da fehlt dann eventuell das Händische, weil es ein bisschen generischer ist. Kann man sich drüber streiten. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall dieses coole Muster mit der Dreidimensionalität. Das kann ich dann noch auf ein Objekt draufziehen, beziehungsweise wir schauen mal, hier hätte ich die Topologie natürlich noch ein bisschen besser machen können, aber für so ein simples Pattern sollte das eigentlich reichen. Und ich würde sagen, wir sind hier auch ziemlich nah an diesem Originalthema dran. Was ich jetzt zum Beispiel noch machen kann, ich kann es auf eine Geometrie draufschmelzen. Dafür würde ich es mir aber noch einen Ticken größer machen. Dann nehmen wir uns eine Basisfläche, ziehen uns die richtig hin. Die muss jetzt unter unserem Objekt liegen und dazu gehen wir in die Topansicht rein. Das ist am besten, wenn die ein ganz klein ein bisschen größer ist als unser Pattern. Und hier sollten wir jetzt von der Topologie her schauen, dass wir auf dieser Basisfläche mindestens so viel Polygone quasi abbilden wie hier oben, sonst wird es ein bisschen schwierig das zu übertragen. Und wir versuchen diese Fläche hier unten an unser Pattern anzuschließen, dass die da sauber aufliegt. Und wir machen hier jetzt einfach mal ein paar mehr Pullis als eigentlich nötig, dass das dann auch sauber drauf gemasht wird. Und jetzt brauchen wir natürlich auch noch theoretisch eine Geometrie, auf die wir es übertragen können. Und da machen wir es relativ simpel. Wir nehmen wieder eine Basisfläche, drehen uns die kurz richtig hin, scalen die. Die machen wir jetzt noch ein bisschen größer. Machen hier nicht ganz so viele Pullis rein, sondern nur ein paar. Dadurch, dass wir jetzt die Kameragröße bzw. die Szenengröße ein bisschen ungünstig angelegt haben und unser Objekt jetzt hier verschwindet, gehen wir noch kurz in die Perspektivenkamera und ändern hier die Clipping Plane, dass wir hier rauszoomen können ohne ein Problem. Und hier machen wir jetzt einfach nur eine simple überspannte Fläche. Die muss jetzt gar nicht perfekt sein, die dient wieder mal nur als Referenz. Die setzen wir noch ein bisschen runter. Jetzt haben wir einmal hier unser Pattern und wir haben unsere Pattern Morphfläche und wir haben unsere Fläche, wo das Ganze drauf übertragen wird. Und die Übertragfläche machen wir jetzt Smooth. Das könnten wir mit einem Subdiff Proxy machen. Muss jetzt aber nicht unbedingt sein. Deswegen machen wir das so. Von hier aus nehme ich mir jetzt meine Pattern Fläche, meine Pattern Morphfläche, gehe auf Deform, gehe auf Wrap und jetzt muss er kurz rechnen, weil wir ein paar viele Polis reingebaut haben. Wenn ich jetzt die Pattern Morphfläche nehme und die bewege. Ups. So, ich mache hier nochmal die Platte unten drunter ein bisschen kleiner, dass wir da nicht ganz so viele Polis drin haben. Sonst ist das doch ein bisschen heftig. So. History deleten. Deform. Wrap. Das Objekt ist dann miteinander verbunden. Wenn ich jetzt die untere Plane bewege. Und dann kann ich jetzt wieder beide anwählen. Zuerst die obere, dann die untere und gehe auf Deform. Blum. 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 Shrink Wrap. Und wenn ich das jetzt hier drauf ziehe, dann sieht man, dass er sowas weirdes macht. Was schon mal nicht ganz schlecht ist. Wir wollen jetzt aber in die Wrap bzw. in den Shrink Wrap Deformer und gehen hier auf Projection und können Vertex Normal machen. und dann sieht das eigentlich schon ziemlich sauber aus. Wir können es jetzt hier quasi über die Fläche drüber bewegen, hat eine aktive History und verformt sich hier eben direkt mit. Wichtig an Rändern gibt es eben diesen Fehler hier logischerweise, weil die Geometrie dann drunter fehlt, aber soweit funktioniert es eigentlich schon mal ganz gut. Soviel dazu, viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren.